Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde GTA mit Jens, Matthias und Jules. Hallo! Und vielleicht kriegen wir nachher noch ein paar andere Spieler mit rein. Wir hatten eigentlich versucht eine öffentliche Sitzung zu starten, aber... Ja, schön ist halt dieses typische GTA- Oh, sorry! Wir wollten beide in die Mitte fahren. Super! Ey, ich bin zwei Meter gefahren und er rennt uns schon wieder im Arsch. Ich versuch die anderen beiden aufzuhalten. Nein, das ist ja mit Aufholen und Windschatten und allem. Ich mach euch den einen, jawoll, der eine steht schon quer. Jetzt hat der Matthias mich gekriegt. Oh nein! Noch mal quer! Ey, das sind für Pirouetten die, ey. Der Röhren-Albtraum geht weiter. Boah! Ich weiß ja nie so wie du in so einer Röhre fahren sollst, ey. Boah! 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 Oh nein! Shit, ich glaube ich hab den Jules gedreht. Du hast uns beide... Alter, wir haben beide den Sprung nicht geschafft. Ja, wir haben beide neu starten, der ist direkt vor mir. Ich meine 1000 Dollar gut angelegt, möglicherweise. Ja, aber wenn du als einziger gewettet hast, ich hab nicht gewettet. Da hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Ja, aber wir fahren 2 Runden. Ah, Bände! Uuuups! Nein! Oh, verdammt! Klingt gut. Das klingt sehr gut! Ja, warum kann ich dich nicht wegkrammen? Kacke! Da hab ich keine Panik Kacke! Oh, jetzt kracht's! Oh, ich seh dann was hinter mir! Boah, wenn du mich... Boah! Direkt, Sack! Boah! Hohohohoho! Jetzt würde ich an deiner Stelle laufen, Junge! Jetzt hole ich dich! Ja, drück der mich weg, ey! Ich komm mal auf, oder? Oh! Wo fahr ich denn hin? Oh! 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 Verdammt! Oh, okay! Oh, okay! Ich hab mich gefangen! Was ist da vorne los? Oh! 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 Glückwunsch! Das machst du mit Absicht! Haha! Mein! Herzigen Glückwunsch! Jaja, komm! Ich bin meilenweit hinter dir! Oh! Oh, verdammt. So, jetzt kannst du mir gratulieren. Ja. Mach ich jetzt nicht mehr, hab ich die ganze Zeit schon. Die Drecke liegt mir, die habe ich in der letzten Aufnahme schon gewonnen. So, darauf jetzt erstmal ein... ...und Pisswassel. Boah, Hauptsache in dem ersten Whooping da oben, ey, länge ich zu weit und fahre auf einmal voll nach unten. Ooooooooooooooooooooooooooooooo. Ahhhh. War super. Arremantel und Cowboystiefel. Ha. Legitim. So. Borat. Torida. 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 Wie, ist die Dings gerade nicht mit dabei? Tja, nehmen wir, nehmen wir dort. Aha, zwei Herren wetten wieder. Gleich noch Schiene. Was ist das denn? Oh, wir gehen jetzt direkt runter. Und der Mr. Nice Guy hat einen Abflug gemacht. Der ist ja trotzdem noch vor mir. Wo muss ich denn hier lang? Hier musst du Kurve fahren, links rum. Jawohl. Alle haben es geschafft. Hol dich noch mit deinem Moped da. Hey, wieso brennt du dich so ab beim Bergauf fahren? Oh, brennende Reifen. Äh, wieso? Habe ich dir irgendwie die lahmste Karre genommen? Kann das sein? Wir wissen das nicht. Vielleicht? Äh, okay. Okay. Ich hab den Wurstblinker genommen. Wow. Boah. 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 Boah, danke. Wegen dir fahre ich jetzt hier voll gegen die Hecke, ey. Ich hab nix gemacht. Ahhhh. Du bist selber schuld. Soll ich denn da reagieren, ey? Oh, Mann. Zeig mir den da einen Stinkefinger. Im Fluch. Ich kann ja n Weiner sein. E ю Variasen- E Joa Stone hogar. Jaaa, danke! Oh, Mann. Tul mir leid. Ja, ja. Wer auft will. äh, geht hier lang oh, der ist mir schon das Ziel ey, muss ich sagen, irgendwie ist das ja witzig aber die Röhren auf Dauer ach, da kommst du mit der Zeit klar mit scheiße, scheiße, scheiße ich weiß nicht wie, aber ich bin Zweiter cool ich hab den zweiten Platz verschenkt wenn ihr wissen wollt, wie hin, guckt euch das Video an vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020